Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nintendo Switch Sports. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jo moin Leute, ja herzlich willkommen zu einem neuen Nintendo Switch Sports Part. Doch bei Golf, nur dies bei einem Duo. Hallo. Heute werden zwei aus Deutschland verjagt. Zanni kennt nämlich zuerst mein letztes Video. Ich habe ihm gesagt, wenn er mal bei mir ist, dann lasse ich ihn leiden. Dann spielen wir Nintendo Switch Golf und ich habe ihn hier. Also alles ist, dass wir leiden. So, wir sind beide Rechtshänder, ne? Ja. Wir spielen diesmal aber nur neunten Löcher. Und ich mache euch den Sound richtig eingefällt. Hoffentlich. Hoffentlich wollte ich das machen. Du, er muss jetzt sowieso erstmal Tutorial machen, das skippe ich auch für euch. So Leute, er hat endlich sein Tutorial fertig bekommen. Ach, ich schlag wohl zuerst. Hier haben wir übrigens diesmal keine Amatare, weil das nicht gut funktionieren würde. Perfekter Schlag. Ich weiß ja nicht. Es ist gut, dass ich nur neun Löcher gemacht habe. Es ist nicht så, wenn wir ihn upper-reißt. Ja, doch ein Profi! Meine, er ist beide herkommen! Der würde dich überinnern. Wo ist du auf die Flerbe? Soller Schlag! Danke, der ist ein toller Schlag. Der landet wahrscheinlich trotzdem zu weit. Auf den Weg! Danke! Perfekt! Ja, jetzt spielt ihr Shining-Simulator. Ich bin nicht die einzige Enttäuschung, Leute. Es tut mir übrigens leid, wenn wir ab und zu übersteuern, aber ich musste bei dem Mikro, was wir verwenden, dass der stark mit einer Verstärkung ausschaut. Ich mach mal meine Ohrenstädte später. Das muss man leicht schlagen. Der Zuckeler tut auch viel. Ich hab' den Felsen gemacht, aber der hat ja gleich zu überrollen. Der Zuckeler ist in Grünern. Da. Ah, jetzt. Ich hab' dir noch vorher erklärt, dass der Futter komplett broken ist. Der Futter ist komplett gebroken. Nur, ich wechsle den Player. Kannst du nicht. Wie? Auf dem Grund hat's nur noch nicht Unternehmen. Hä? 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 Ich darf jetzt nicht mehr als der Stadion verlassen. Hä? 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 Wir sind gleich gewollt. Nein! Hä? 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 zu einem Ausbeziehung der Ehrlichkeit und noch viel weiter. Yeah, gekochen! Deswegen wollte ich mich nicht mehr umstellen. Komm, jetzt einmal bis ins Nicht-Zieh. Hab ich schon. Ich hab mehr Punkte. Und damit ist es für mich, Leute. Es geht mir kurz, weil ich nicht voll von der Zeit. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Schlag aufs Grün. Ja! Home Run! Ich war jetzt falscher Sport. Weißt du, du musst mich von der einen erzählen, wenn die andere geht. Ich weiß, wie ich es gefühlt habe. Es lag nicht an mir. Es lag an der Sensibilität des Schlägers. Ey, du triffst vielleicht den Baum. Ja, toll. Baum, 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 Kammer. Baum, nee, Baum, Baum. Es wird übrigens nur noch diese eine Folge zur Golf geben. Danach kommt keine weitere mehr. Warum könnt ihr euch vorstellen? Und stell dir vor, du machst das online. Oh Gott. Du kommst niemals bis zum dritten Los. Ey. Ey, ich hab da gar nichts verpackt, klagen. Ja, das hab ich auch letztes Mal 10.000 Euro getreten. Ey, du kommst nie her. Ey, du kommst nie her. Lippe, nein. Echt? Hala, du kommst nie her. Hala, du kommst nie her. Hala, du kommst nie her. 담ig. Hala. Hier. Hala. 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 Lippe, du kommst auch immer mehr, ich sagst. Dann stelle ich doch kein Blutdruck. Das ändert sich noch. Ach ja, ich muss ja anfangen. Das geht dann zwar. Oder? Nee. Ich muss noch einen wehen. Wir sind übrigens erst mal lochsrei, ne? Nein, 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 nein! Wackst du dich, wackst du dich! Jaaa! Ich bin noch dran, ich bin noch dran! Jaaa! Das höchste Mal habe ich jetzt auch nicht mehr geschauten. Jaaa! Ja, du hast einen Rapport! Na, Mann! Nicht rein! Letztes Mal war es zu Buchkompetieren, die ich verwechselt habe! Du machst doch zwar genau so sehr wie ich! Ja, Punkt! Das ist noch weiter weg als ich ja! Die Brille hielt sie neu auf nicht... Bunker-Bunker-Bunker-Bunker-Bunker-Bunker! Und sie gibt es um mich zu hoch. ausruhen. Mach ich doch. Wenn du das mit drücken kannst. Ich hab den rausbekommen. Ja, ich hab trotzdem das gemacht. Du mieser kleiner Dreckiger. Du gehst jetzt so vor die Hinsicht in die Hinsicht zurück. Das könnte nicht passen. Noch was, Entschuldigung, wenn wir übersteuern, aber ich musste halt kurz für ne Verstärkung reinpacken, weil das Mikrofon wirkt zu leises. Ah, das ist super. Das ist auch gut zu passen. Hier war ganz zu sexy. Ich bin zufrieden. Wir haben eine ganze Scheibe. Ich seh den Punkt wahrscheinlich. Ich seh's anders. Ja, obwohl es so ein Löffel sind, kann ich glaube ich trotzdem noch zwei Folgen aufzeigen. Wahrscheinlich. Das wird der Schlag. 28 Kilometer nach links. Das ist ein Löffelwind. Der Kompletter wird hoch. Das wird was. Wie war das? Wie war das? Wie war das? Bunker, 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 Bunker. Bunker! Ich bin drüben. Wunderschase. Hehehehe. Bunker. Ich bin drüben Nichts. Dann ich weiter wechseln, denkst du? Hehehe. Nee, jetzt Monitorfeld nehme. Nichts bevor ich mich da hin trübe. Hehehe. Geh rein! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Geh rein! Nope! Thema Annäherung! Hm, blüht zu weit. Okay? Noch mal hätten wir hier. Ich hab letztes Mal nur allzu oft geschrien, wie scheiße der Butter ist. Ach komm, Ton! Hein, ich verstehe jemand, war ich schwer! Ja! Komm, ganz schwach jetzt. Den gibt es mir nicht rein. Nie im Leben. Ach kacke! Ich will heute mal keine Enttäuschung! Hab auch Glück gewartet. Es ist schön, aber bei mir nicht so viele gute Zeiten zu sehen. Oh mein Gott. Da bin ich mit einverstanden. Gut. Also egal wie sehr ihr wettet, heute werdet ihr nicht mehr sehen. Nee. In den Bauch! In den Bauch! Ich bin ja auch gerade. Bunker, 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 Bunker. Oh nein, bitte nicht, 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 oh nein, bitte nicht. Ja, und, oh. Voller Schlag! Geht aber gut. Ich mache hier keine kuriosen Gesten. Nein. Nein, nein, viel. Oh, so soll sie denn nicht drin? Wolltest du ihn mal waschen, ne? Ja, in der The Area. Das Gute ist, dass du dann auch noch da vorne gesetzt wirst, wenn es ins Wasser ist. Und träg dir den Nutz in den Bunker! Warum? Komm mal, ich bin so schwach. Du musst durchziehen. Es hängt davon ab, wie sehr du durchziehst, das hab ich draus gefunden. So sehr durchziehen auch nicht. Ja, das passt nicht. Der hat die Fliege überschritten, der Ball. Ich denke, eigentlich ist es noch. Juhu! Yeet the Ball! Einen Moment! Ich bin im Fringe! Was ist im Fringe? So weit? Jetzt so weit. Ich vertraute den Bunker halt nicht! Legitim! Würde ich auch nicht! Ich bin so hart nach oben! Und noch? Ja, das ist von Loch zu Loch unterschiedlich. Ich hab's geschafft! Ich hab eingeputert! Und reingeputert! Und reingeputert! Ich hab immer noch wenige geputert! Ich bin flüchtig! Sie werden dich auf den Land sagen! Ich nicht! Das ist alles, was ich will! Dann versuch das erstmal selber! Mensch! Das ist halt wirklich zu kurz! Was machst du da? Was machst du da? Guck mal, da hinten ist unsere Zuschauerschaft! Schieß sie ab! Schieß sie ab! Alles kalt berechnet! Aha! Okay! Okay! Ui! Baum! 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 Ach, Kage! Nein! Nicht schon wieder! Jetzt zeig ich dir den Meister, wie man schlägt! Boah! Soll ich das letzte Video noch auf die Ragen ziehen? Jetzt zeig ich dir den Meister, wie man schlägt! Bunker! 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 Ich bin da drüben bei der Flagge! Bunkera! Wie, 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 bin ich trotzdem an zwei Schlägen bei der Flagge? Also, H! Ich hab' den Wind den nochmal zurückschiebt! Was bist du denn, Windschummler? Ich hab' noch nicht wirklich geglaubt, dass der reingeht. Warum ist der Liegen nachher nach rechts abgedrückt? Du musst über den Untergrund angucken! Weil der am Berg war auf der linken Seite! Der ist den Berg runtergekullert! Was? Das ist mobbig! Was? Nur noch 3 Löcher, Sunny! Deine Big war vorbei! Könntest du bitte mal einen Rekord schlagen, dann jagen sie sich auf jeden Fall aus! Also ich hab' bei 18 Löcher bloß 36 geschafft! Du schaffst das gerade bei Don! Wie kannst du denn damit hier noch? Kann ich ja komplett ins Wasser zielen! Gefühlt ja! Baum, 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 Baum! Es zu leben, es legitien! Das ist egal! Ganz ehrlich, ich hab' dich stärker geschlagen, wäre er sogar noch mehr im Baum gewesen! Ja, du triffst den Bauch und kenne es genau. Oh Mann! Ja! Also wir nehmen mal den Bauch und schieben ihn woanders hin. Ja, das wäre schön. Du kannst ja nur in die beiden Richtung schlagen. Du kannst ja nur die Teufel umschlagen. Ja, ich hätte wirklich eine andere Rolle. Kacke. Oh, du hast ja einen anderen Bauch. Das ist meine Falle. Das ist auch von Prinzip beim Baum. Das ist egal. Nicht wichtig. Jetzt hast du zwei Beute gesehen. Du hast ja die Beute gesehen. Das ist mir egal. Ich bin einfach gar nicht wieder spülen, wenn ich nicht wieder spüle. Ich habe nie die mehr. Ich habe aber versucht, dein Gott zu unterliegen. Ich werde nur die Qual wählen. Neh mich auf und grüßt. Ich schlage dafür heute wie ein junger Gott. Die Leute, letztes Mal habe ich euch alle nur was vorgemacht. Ja, jetzt spiele ich ernst. Das ist klar. Na, der geht glaub ich trotzdem zu weit. Ups, das war nicht geräusch. Das war nicht geräusch. Wollte ihn die Drehung nicht machen. Wo sind die neue Zeit? Hanni ist ein Baumwinsch. Da ist kein Baum mehr im Weg. Wenn ich treffe den Baum. 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 Mit Spancer meinst du wohl? Nö. Dieser Wille, der blieb doch komplett in eine andere Richtung. Der Berg war's. Ah, das ist wohl unbedingt nötig, dass der reinzoomt. Ja. Der Schwachen puckt gar nicht. Der Scharke puckt gar nicht nicht. Läuft noch. Kannst du bitte noch neun Punkte machen? Okay, wahrscheinlich zu drei. Wärme. Auf den Angeln. Au. Er sei in Wälder weiter ins Wach eingefallen. Der Wegen schlag. Kann man nicht wahr sein, aber nicht. Das. Du selbst schloss. er hat mich immer geschafft juhu du vielleicht hat ich gerade keinen Spaß gehabt von mir aus ja es gibt jemanden der schlechter ist halt nicht Oh, dann sind wir wieder hin, ja, das ist mein allererster Birdie. Warte. Mein erster Birdie. Bitte, bitte, bitte. Ja, mein erster Birdie. Stimmt nicht. Drei Punkte brauchst du. Glaub ich, bitteschön. Den ist ausgeschlagen, oder was meinst du? Mein Rekord zu zocken. Äh, mein Ausgangslag ist grad auch nicht so großig. Also wir können 30 Pluspunkte machen, das ist nicht möglich. Ich schwöre euch Leute, dass ich nie zwischen den zwei Folgen ein einziges Mal Gold gespielt habe. Ja, das ist doch gelohnt, du hast doch eigentlich geübt. Nee, dann wäre mein Rekord ja anders. Bevor ich hingekommen wäre. Nein, dann wäre ja wirklich mein Rekord anders. Muss das sein? Muss das sein? Ey, das wird nicht von dem Duker gerettet. Nee, ich wäre glaub ich immer im Duker drüber, oder? Nee, da wird genau im Duker gelandet. Neuen Ich brauchst du auch nicht im Bunker. So traust du mich vom Netzverbot nicht nochmal. Warum? Der Wind geht nach rechts. Ja! Aber ich muss schon sagen, dafür dass es 9 Fächer waren, war jetzt trotzdem eine schlechte Leistung. Wird noch nie mit 18. Im Vergleich. Aber es wird trotzdem unter anderem von meinem Rekord gegeben. Aber der Schlag war gut. Ja, der war richtig gut. Das geben wir hier offen zu. Ich hätte nur gerne gesehen, dass du meinen Rekord getoppt hast. Du hast meine Meinung, ich hätte es auch lustig gefunden. Aber das Spiel, das Spiel, das spielen wir nicht. Nee! Nie im Leben. Nicht mal privat! Ja, ich habe mal einen Plusrekord, der unter 10 ist. Ich finde einfach, das Spiel ist rotz. Oh! Goll, das Golfspiel ist nicht das Spiel an sich! Ja, das Spiel selbst ist eigentlich ganz gut, aber Golf ist so müll! Ja gut, Leute! Ich hoffe, wir haben alles Spaß beim Zusehen! Genial! Dann lasst ein Abo und ein Like da! Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei irgendeinem anderen Spiel! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!